Grüß euch im Salzburger Land, im Herzen der Sportwelt Amadei. Ich bin der Oberreiter Richard vom Hotel Bergzeit in Flachau. Ich möchte heute mit meinen Gästen einen Skitag präsentieren, mit den herrlichen Pisten und dem super Panorama hier in Flachau. Jetzt übergeben wir noch an die Heidi, auch noch einen Chef-Ski-Lehrer. Servus Gerhard. Servus Ritsch. Eigentlich kommt man schon starten. Die Heidi, der wird schon gar nicht mehr. Heute werden wir sie gleich reinpacken. Einen super Tiefschnell haben wir. Richard, ich nehme einen Zwischenrein und da hingeht's. So Heidi, wie war's? Aufregend, heftig. Ja, das ist aber super gegangen jetzt fürs erste Mal. Wichtig ist nur, dass du schön vorn bleibst, nicht nach hinten sitzen. Eine schöne Hochtiefbewegung und beide Skier belassen. Okay. Dann hat das Sinn. Ja. Dann werden wir gleich in den nächsten Hangpack, oder? Dann packen wir's wieder. Dann packen wir's wieder. Ja, Gerhard, wie war's am Berg oben? Du Ritsch, das war heute ein super Tag. Super Pulverschnell. Mit der Heidi bin ich Tiefschnell gefahren. Die hat ein paar lockere Schwungen runtergezogen. Auf der Piste ein paar Kabel geschwungen. Das war eigentlich ein Traum heute. Aber jetzt glaube ich, dass es Zeit ist für ein bisschen eine Après-Ski. Ich als Hotelchef habe auch keine Kondition mehr. Fahren wir runter in den Dampfkessel und machen ins Gemütli. Auf der Piste ein paar Kabel, auf der Piste ein paar Kabel, auf der Piste ein paar Kabel. I saw you, girl. I always love you more. It's been so mine. And look within. That's the way you're living. Nehmen Sie sich eine Auszeit. Und fühlen Sie sich zu Hause im Hotel Bergzeit. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Das Hotel Bergzeit in Flachau, im Herzen der Sportwelt Ski Amade. Das Hotel Bergzeit in Flachau, im Herzen der Sportwelt Ski Amade.